Hallo liebe Freunde der Symphonischen Blastmusik und herzlich willkommen zu der großen Frage Klaue ich schon oder inspiriere ich mich noch? Ich habe unlängst mit einem Kollegen wieder ein neues Musikprojekt gestartet, wo wir in der ersten Recording Session hier saßen und eigentlich hauptsächlich YouTube Musikvideos angeguckt haben und uns haben inspirieren lassen und daraufhin auch so den einen oder anderen Track schon angefangen haben zu produzieren und dabei festgestellt haben wir sind sehr sehr nahe an dem was wir gerade gehört haben und auf der Heimfahrt kam mir dann die große Frage, war das jetzt eigentlich geklaut oder war das immer noch inspiriert? Weil die Sache ist die, ich stelle fest, dass einfach viele viele Musik sehr sehr ähnlich ist und ich vielen Bands raushöre, dass sie von irgendeiner Band inspiriert sind, was ich überhaupt nicht verwerflich finde, ich selber und ich höre aber immer wieder von Leuten, das ist geklaut und das ist geklaut und das ist geklaut und das ist geklaut Meine Gegenantwort auf solche Sachen ist, ja was soll man denn noch Neues machen? Also irgendwie war ja schon mal alles da und ich weiß auch selber von Dingen, die ich geklaut habe, von denen ich noch nicht mal wusste, dass es existiert Das ist mir nämlich tatsächlich schon mal passiert, dass jemand gesagt hat, hey guck mal der Part, der klingt genauso wie der Song was er auch tatsächlich getan hat, aber ich kannte den Song nicht So, und ich habe in meiner Historie an Songs, die ich geschrieben habe, einiges an Beispielen, wo ich sage Ja, ich habe mich sehr bewusst bei jemand anderem inspiriert Ein schönes Beispiel, die Band, über die ich letztens geredet habe Why the Lights and Dream, der Song Keep With Me, das Intro mit diesem Drumbeat, Link unten in der Beschreibung Dieser Elektro-Drum Ding, ding, dick, 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 dick Das ist inspiriert oder übernommen oder zitiert von Editors Brick and Mortal Das ist nicht geklaut Sondern das ist einfach, hey, ich finde die Idee cool Ich finde diesen Drumbeat cool Ich baue ihn nach Ich habe es nicht gesampelt, es ist nicht gesampelt, es ist nachgebaut Ähm, und die Idee weiterverwertet in einem komplett anderen Song Und, äh, ist das jetzt zitiert? Ist das eine Reference? Ich weiß es nicht Es sind ein paar Leute auf mich zugekommen und haben gesagt Hey, eure Songs klingen sehr wie Editors Ja, tun sie Weil wir davon inspiriert waren Und in diese Richtung gehen wollten Man könnte jetzt bei meinem, bei meinem aktuell größten Projekt Was ich aktuell am Laufen habe, nämlich Arrow Was aktuell noch nicht released ist, sagen Du hast aber ganz schön bei Paris und Paramore geklaut Geklaut nicht, aber inspiriert ja Weil wir gedacht haben, okay, komm, wir gehen mal in die Richtung Und eigentlich kenne ich nur Bands, die sagen Hey, wir gehen in die Richtung von Oder wir sind inspiriert von Nicht, wir gehen in die Richtung Das nicht unbedingt Aber man hat ja immer irgendwo seine Inspiration Man hat ja irgendwoher Ideen Genommen Nicht geklaut, genommen Und hat sie weiterverwertet Und weitergedacht Und das ist für mich Kunst im Generellen Ist Ideen aufsaugen Und weiterverwerten Und ich freue mich auf die Diskussion Da unten in den Kommentaren Und ich hoffe, ihr seid lieb zueinander Und auch lieb zu mir Ähm Aber Diese, diese ewige Diskussion Von das ist geklaut Und das ist geklaut Und das ist geklaut Kann ich ehrlich gesagt nicht mehr hören Ich meine, wenn ich Wenn ich Songtexte eins zu eins übernehme Ist das die eine Sache Wenn ich, wenn ich Gesangsmelodien Prominent Wirklich über eine lange Strecke eins zu eins Übernehme Ist das was anderes Wenn ich ein Gitarrensolo eins zu eins übernehme Ist das was anderes Aber wenn ich sag, ich find die Art Wie das Keyboard hier sein Arpetio macht Cool Ich mach das auch so Aber setzt das Keyboard im Arrangement an eine ganz andere Stelle Nicht so prominent Oder eben dann doch prominent Weil es im anderen nicht so Dann Dann Ist das Inspiriert Für mich Und nicht Geklaut Lasst mich unten in den Kommentaren Eure Meinung zu diesem Thema wissen Ich bin sehr sehr gespannt Was ihr dazu sagt Ich bin Und bitte, bitte, bitte Versteht mich nicht falsch Ich bin ein großer Gegner Von Diebstahlgeistigen Eigentums Aber Ein Apeggiato Oder ein Drumbeat Wenn er so einfach ist Ist nicht geklaut Sondern ist einfach nur Maximal zitiert Und inspiriert Ich sag, vielen, vielen Dank fürs Zugucken Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt Die dann hoffentlich wieder länger werden Gerne unten auf Abonnieren klicken Ich sag, vielen, vielen Dank fürs Zugucken Und bis zum nächsten Mal Tschüssi 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 Tschüssi